Pizarro trifft drei Minuten nach seiner Einwechslung. Bei Junuzovics Freistoß herrscht Chaos im Leyva-Kusanö-Strafraum. Aus dem Hintergrund feuert dann Bauer, Pizarro wirft sich in die Schussbahn und fälscht mit dem Bauch ins Tor ab. Ausgleich Claudio Miguel Pizarro Basiö, Stern 3. Oktober 1978 in Callao, ist ein peruanischer Fußballspieler. Der Nationalspieler steht seit 2015 zum wiederholten Mal bei Werder Bremen unter Vertrag und hält in der Bundesliga drei Rekorde, er ist der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler, der erfolgreichste ausländische Torschütze und Rekord-Torschütze von Werder Bremen.